Okay, Martin Verk, vielen Dank, dass du hier kommst. Es muss schwierig sein, dass du hier über dieses Spiel gesprochen hast. Ja, es ist nicht einfach, wenn du ein Spiel verlierst. Es ist besonders das Team, der ein bisschen hinter dir in den Ständen ist. Es tut mir leid, aber das ist einfach so, wie es geht. Aber wir müssen lernen, was wir heute falsch gemacht haben. Wir versuchen, es in der Gespräche zu erreichen, damit wir sicher, dass wir eine klare Zeit haben für morgen. Was war die Fehler, die in diesem Spiel passiert? Es ist schwer zu sagen. Wir haben nicht gewonnen, aber sie haben gewonnen. Das ist wahrscheinlich die größte Sache. Es ist einfach ein bisschen weir, dass wir nicht so verbunden sind. Wir spielen immer so verbunden, aber wir haben immer so verbunden. In der Endeffektiv sind die Taten. Wenn wir mehr Taten, dann können wir das Hockey-Game. Es kann ein schlechtes Spiel sein, aber sie haben 3 und sie haben 0. Ich glaube, das ist so. Ich habe das Gefühl, dass du die Statistiken gesehen hast, dass wir in Beel haben 35 oder mehr als 35 Taten haben. Wenn du keine Taten hast, dann kannst du keine Taten. Wie ist das? Ja, das ist sicher. Wir müssen auch noch mehr Möglichkeiten schaffen. Obviamente. Sie haben uns nur über 60 Minuten gewonnen. Sie haben mehr Möglichkeiten, und natürlich mehr Möglichkeiten, dass wir eine Taten haben. mit uns haben. Wir hatten einige, aber es war nicht gut genug. Wir müssen es lernen, weil wir morgen ein schweres Team spielen. Wir müssen morgen ein A-Games spielen. Das war sicher. Das hat mich beeindruckt. Du hast gut gespielt gegen Mannheim. Du hast gut gespielt gegen Lausanne gegen Lausanne. Und plötzlich ist das, ich würde sagen, ein Disaster. Ja, wir spielen gut in Champions League. Das ist gut. Aber es ist eine andere Liga. Wir spielen gegen eine andere Team. Aber es wird alles gut. Wir müssen einfach mal machen. Wir machen kleine Details, und dann wird alles ausgewertet. Ich bin nicht zufrieden. Es ist eine sehr klinik. Es ist schwer, dass das Spiel zu verlieren. Es hat sich nicht zufrieden, aber es ist nicht zufrieden. Wenn man die richtigen Sachen macht, dann wird man es aufwärts. Wir müssen einfach mit ihm abhängen. Wir müssen uns abhängen. Wir müssen uns abhängen, dass wir nicht zufrieden werden. Es ist noch eine lange Zeit. Es können auch viele Sachen gemacht werden. Aber aus diesem Spiel, kann man was aufhört? Ja, klar. Unsere Ball spielt sehr gut. Wir haben auch 3-3 gespielt, aber das war noch eine große Rolle. Wir haben das gemacht. Ich fühle mich, dass unser Penelde-Kill auch sehr gut war. Das war gut, wir haben keine Varo-Play. Wir haben keine Taka-Voy. Aber wir haben einfach die kleine Details gemacht. Dann werden wir bereit für morgen. Es wird ein guter Test für morgen. Meine letzte Frage. Wie hast du jetzt hier in Rapperswilä, nach den ersten drei Wochen oder so? Wie hast du in diesem Team gespielt? Vielleicht auch für heute? Ja, ich freue mich. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier die Möglichkeit habe. Es ist großartig. Die Leute sind großartig. Die staff, die Fans sind großartig. Ich bin glücklich. Obwohl, wir wollen jeden Spiel gewinnen. Hoffentlich werden wir mehr Spiel gewinnen. Wir wollen in den Spiel zu kommen. Wir wollen in den Spiel zu kommen. Wir müssen das auf die Spiel. Und dann gehen wir weiter. Vielen Dank. Good luck morgen. Vielen Dank. Appreciate it. Ciao. 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 Ciao.